Hallo, liebe Deutschlernende! In diesem Video rezensiere ich den Podcast Francais Authentique von Johann und ich hoffe, dass dieses Video dich auch dazu inspiriert, nicht faul zu sein und deine Lieblings-Podcasts zu rezensieren. Ja, ich bin hier in iTunes und ich bin im iTunes Store und hier steht Podcast. Hier kann ich mehrere Medienarten auswählen und ich habe Podcast ausgewählt und befinde mich im Store. Und dann gebe ich hier einfach den Namen des Podcasts ein. Der Name ist Francais Authentique. Ich gebe den Namen ein, Enter und dann werde ich auch gleich weitergeleitet zu Francais Authentique. Ja, es gibt hier die Folgen und hier der Podcast und ich klicke natürlich hier auf Podcast und dann gelange ich zu der Seite und ich klicke auf Abonnieren und hier auf Bewertungen und Rezensionen. So, und dann klicke ich auf eine Rezension schreiben. Ich bin gar nicht so schwer. Ist toll! Merci, B, A, O, K, C, O, E, BoB. 심j I studied French in school, but have forgotten a lot. Now, Johan is helping. Can you write the microphone? That's the problem. I've forgotten a lot. I'm helping me a lot with remembering and learning the language in you. Thanks. I love it. Thanks. It is very helpful. So. Senden. Boom. Das war meine Rezension des Podcasts Francais Authentique. Und falls du auch einen Podcast rezensieren möchtest, ich habe eine lange, eine detaillierte Anleitung. Nicht sehr lang, aber detailliert. Gehe einfach auf AuthenticGermanLearning.com-listen und dann siehst du meine Podcast-Seite. Du scrollst drunter, klickst auf How to write a review und dann kommst du auf diese Seite und das ist eine detaillierte Anleitung. Und das macht es sehr, sehr einfach, einen Podcast zu rezensieren. Ja, es ist sehr, sehr einfach. Und ja, dann schreibst du eine Rezension. Entweder mit dem iPhone oder mit dem Desktop-Computer. Wenn du willst, auch mit einem Android-Phone. Aber am besten ist, ehrlich gesagt, mit einem Desktop-Computer oder mit einem iPhone. Und hier ist alles erklärt. Du brauchst noch nicht mal deine, deine Kreditkarte anzugeben, um einen Podcast in iTunes zu rezensieren. Und wenn du das Ganze auf Deutsch lesen möchtest, dann klickst du einfach auf diese Seite auf Deutsch und dann siehst du die Übersetzung. Ja, würde mich freuen, wenn du meinen Podcast auch rezensieren könntest. Ja, es ist ein einfacher Prozess. Und ja, das wäre echt super. Vielen Dank im Voraus. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns später.